Der Pan-Voltfinder von Pan-Control ist ein kompakter kontaktloser Spannungsprüfer mit beleuchteter Einschalttaste, LED-Taschenlampe und einer praktischen Schraubkappe zum Batterietausch. Der Kontaktdosis Spannungsprüfer dient der Unterscheidung der spannungsführenden Phase vom nicht-spannungsführenden Nullleiter, ohne dass dafür ein metallischer Kontakt notwendig ist. Mit der beleuchteten Einschalttaste wird das Gerät in Betrieb genommen und ein Balkensignal und ein Ton- und Pfeif-Signal zeigen eine Spannung an. Schon auf mehrere Zentimeter Entfernung spricht das Gerät an. Je näher man kommt, umso schneller werden Ton- und Blinksignal. Beim Nullleiter bleibt das Gerät in der untersten Stufe. Bei der Phase blinkt und leuchtet es wesentlich schneller, auch durch die Isolierung durch. Das Gerät ist im praktischen Westentaschenformat zum Einstecken in Hemden und Jackentaschen. Der kontaktlose Spannungsprüfer zeigt schon aus ein paar Zentimetern Entfernung an, dass die Steckdose unter Spannung steht. Beim Nullleiter ändert sich nichts am Signal. Bei der Phase wird das Signal deutlich schneller. Auch bei einer Steckdose mit Kinderschutz wird schon aus mehreren Zentimetern Entfernung die Spannung angezeigt. Auch hier ändert sich beim Nullleiter nichts und bei der Phase wird das Signal wieder deutlich schneller. Beim Nullleiter ändert sich nichts am Signal. Bei der Phase wird das Signal deutlich schneller. Beim Nullleiter ändert sich das Signal nicht. Bei der Phase wird das Signal deutlich schneller.